Kapuki Kids Hallo, wir warten auf den Zug. Der Zug fährt ab. Achtung, schnallt euch an, es geht los. Wartet, wartet, Huck will auch mitkommen. Bitte, bitte, los geht's. Los geht's. Schneller, schneller. Achtung, Achtung, wir kommen zum Wasserfall. Wasserfall? Ach, wer braucht schon Regenschirme? Herzen musst du zum Doktor. Der Fisch hat Fieber. Lass uns mal lauschen, wie du hustest. Du musst zum Doktor. Haltet euch fest. Nächste Station, Doktor. Der ist ja lustig. Aja, ja, ja, ja. Aja, ja, ja. Hallo, ich bin der Doktor. Achtung, Station, Doktor, wir sind angekommen. So viele Patienten. Was sind die Beschwerden? Mein Fisch hat Fieber. Die Stirn ist heiß. Alles klar, du brauchst einen heißen Tee. Mit Honig. Oh, schmeckt der? Ja. Und was ist das? Zitrone. Trinkt das, um wieder gesund zu werden. Und was ist mit euch passiert? Der Huck braucht eine Spritze. Spritze? Welche Spritze sollen wir auswählen? Diese hier. Könnt ihr euch selber Spritzen verabreichen? Ja. Wird das wehtun? Ein bisschen. Ja. Aber dafür tut jetzt mein Hals gar nicht mehr weh. Gar nicht mehr weh. Nein, 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 nein. Wer ist der Nächste? Wer ist denn das? Das ist der kleine Wal und der keucht. Ich kann nicht sprechen. Keucht ja tatsächlich. Willst du mal? Nein. Ich verstehe. Alle fürchten sich. Aber Ärzte fürchten sich vor nichts. Wir bringen deinen Hals wieder in Ordnung. Du brauchst für deinen Hals ein paar Heiltropfen. Ich umarme den Wal. Er öffnet den Mund. Und du gibst ihm die Tropfen. Ich keuche nicht mehr. Dankeschön. Und ich messe Pippa. Oh, der Wal ist wieder gesund. Und wieso seid ihr denn nicht krank? Weil wir schwimmen. Und Sport treiben. Und wir joggen. Ja. Lasst uns alle gemeinsam schwimmen gehen. Nehmt eure Spielsachen mit. Los geht's. Los geht's. Wow! Und ich habe einen neuen Patienten. Vergiss nicht, um gesund zu bleiben, muss man Sport treiben, schwimmen und joggen gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!